Moin Meister! Und damit ein herzliches Willkommen hier, nicht auf meinem Kanal, Leute. Heute gucken wir uns nochmal Fortnite-Wages an, zusammen mit Odoman, was geht's? Moin Meister! Ja, Leute, das war die Begrüßung von dem eigentlichen Video, was wir aufgenommen haben, aber ich leider bis zum heutigen Datum keine Facecam erhalten habe. Grüße raus an Odoman an der Stelle, vielen Dank dafür, dass wir das Video jetzt nochmal neu aufnehmen können, Digga! Kannst du kurz so bleiben, Lukas? Ich male gerade dein Gesicht, warte. Warte, 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 bleibst du? Digga, krank! Maa, Bruder! Ich hab dein Gesicht gezeichnet, Bruder! Einfach, einfach krank! Ey, Leute, auf Realtalk, das Ding ist, wir haben das Video schon mal aufgenommen, aber Odoman hat einfach mir die Facecam geschickt. Ich hab sie nicht runtergeladen und jetzt, wo ich's online stellen will, hat er die Facecam gelöscht. Ja, Prompt geht raus an LiveHD, der mich morgen zum Dings anschreibt, Facecam! Ja, ich musste mein Video durchladen, Digga! Jetzt müsst ihr das Video einfach nochmal neu aufnehmen, Leute, gönnt euch das mal. Es gehört auf jeden Fall zum YouTuber-Sein dazu, es kann nicht immer alles nach Schnur und Faden laufen. IMG! Es war gerade übelst allmännisch, dieser Spruch, nach Strick und Faden oder... Wir fangen auf jeden Fall jetzt an, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, Leute, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind noch auf dem Weg zu den 1,8 Millionen Abonnenten und das war schon echt eine ganze Weile, deswegen haut man ein Abo rein, gönnt doch einfach mal, Digga! Warum abonnierst du nicht? Sag doch jetzt! Warum? Warum, Junge? Warum? Warum, Junge? Warum, Junge? Warum, Junge? Warum, Junge? Wir fangen an und let's go, Leute! Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, momentan läuft auf meinem Instagram-Account noch eine richtig fette Verlosung, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe hier dieses Bild gepostet. Momentan haue ich nämlich an meine Zuschauer, beziehungsweise an meine Abonnenten als kleines Dankeschön, einfach mal richtig fett was raus. Und zwar gibt es insgesamt 5 iPhones zu gewinnen, 2 Nintendo Switch, eine Xbox, eine Kamera, um YouTube-Videos zu drehen, eine Playstation, Playstation-K, GBL-Box, also es gibt unglaublich viel Zeug im Wert von insgesamt 7.000 Euro. Das Ganze ist in Kooperation mit German Giveaways, deswegen checkt das auf jeden Fall mal ab, Leute. Deswegen, Leute, schaut auf jeden Fall mal vorbei, lasst euch das Ganze nicht entgehen, das geht jetzt bis jetzt, die Woche Sonntag. Deswegen, erster Link in der Beschreibung, kommt vorbei, Leute. Let's go und weiter mit dem Video. So, oh, Gegner, die Waffe zuerst bekommen. Uff! Hä? Er war da schon... Oh, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Yo! Tschüss! Warum? Oh, da ist er wieder! Leute, ihr kennt ihn aus den anderen Videos. Ihr kennt ihn aus den anderen Videos. Digger, oh du mal, dieser Typ ist einfach... Ich liebe den. Pass auf, pass auf, der macht Headbang wieder. Guck mal, hat der da seine Beine eingeschlagen? Ja, der denkt, das ist grad MMA-Training oder so. Alter, leck mich am Arsch. Junge, der sieht null aus wie ich. Stellt ihr mal vor, er haut einfach in seine Cam rein. Stell dir mal vor, du hast eine Cam, die kostet 4000 Euro. Auf einmal danach kaputt einfach. Digga, würde ich auf Realtalk raten, alle Leute, würde ich in meine Kamera reinhauen. Mein Objektiv kostet 2500 Euro, die Kamera kostet auch 2000. Bruder, wir sind mal ganz tricklos, Digga. Ganz, ganz tricklos. Alter. Ich schwör's dir auch. Oh shit. Mist, Bruder, Digga. Boah. Aua, meine Ohren. Oh, der zockt mit seinem Opa oder Papa. No front, no front, wenn's der Papa. Oh, oh. Hä? Oh shit, oh shit. Digga, der denkt sich nur so. Guck mal, der isst grad ganz genüssig sein Nutella-Brötchen oder was das. Hanout oder so. Digga, keine Ahnung, was du da hast. Jo, Fortnite? Nö, das macht die Kinder nicht aggressiv. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Mein Sohn darf das spielen. Der denkt sich so, was ist grad passiert? Ah, ich esse weiter. Ehre. Nö, nö, nö. Weil der Typ getanzt hat. Oh shit. Ah, herz Cohen da da. Oh, oh, oh. Es lebt sich auf. Oh, Digga, man sieht schon. Er macht schon den hier. Loading. Es geht los. Es geht los. Der überlebt grad. Ja, ja, die Klimaanlage, Digga. Ja, ja, die Klimaanlage, Digga. Und dann macht er es zu drehen, Digga. No, in this case, literally 1 HP. Faksuti? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, Bruder. Oh shit. Oh shit, Bruder. Oh shit. Oh shit. Oh yeah. Okay, Digga. Sein Mate hat gesagt schon, dass er tot ist. Aber er war nicht tot. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aber auf Real Talk wess er so ausrasten, anstatt irgendwas richtig kaputt schlagen. Ist so, ist so. Ey, da ist er wieder. Oh, 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 oh. Psch, psch, psch. Genießen. Digga, ich liebe den. Warum? Der macht immer den hier. Immer den hier. Yo. Guck mal, achte mal wirklich auf seine Wand, Leute. Digga, der hat alles kaputtgeschlagen. Was erwartet denn, dass der Stuhl antwortet? Es tut mir leid. Digga, wegkicken, hau weg, das Ding. Scheiß drauf, ja, Mann. Yo! Digga, was ist mit dem? Bruder, ich hätte richtig Angst vor dem. Ey, Frauen, wenn Frauen aus... Oh, oh. Ah! Okay, das Digga, das war safe, cool, fake, oder? Nee. War das real, wie die ausrastet? Ja, safe. Oh, weiter geht's, nicht so wet. Hä, aber er hat so gesehen, dass die runterkommen. Oh, der ist davor! Ach, das sind sogar... Die sind überraudere! Hä, da... Oh, äh, äh... Schade, ich dachte so, der haut noch Fenster kaputt oder sowas. Irgendwie sowas, Digga, springt aufs Fenster raus. Köpfer. Oh, der ist doch der, wo die Tastatur geschrotzen hat. Mh, mh. Doch, das ist der. Oh! Joho! Mit Fuß, Digga, mit Fuß! Flasche weg, Digga, tschau! Ey, ganz kurz, Real Talk. Oh, shit, Digga. Der geht doch safe so in den Mediamarkt und sagt, einmal das Übliche und kriegt da eine neue Tastatur, oder? Digga. Safe. Leck mich am Arsch. Oh, shit. Oh. Oh, es war schon editiert. Es war schon... Oh. Oh, Profs ging raus. Der sitzt einfach im Keller. Er hat irgendwas kaputt gemacht. 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 Monitor, glaube ich. Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh, shit, Digga. Tastatur ist ja noch das eine, aber Monitor... Monitor. Oh, oh. Äh. Der hat kurz einen Belämpfliche Kick gehabt, Digga. Oh, 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 oh. Jo, was ist da geflogen, Digga? Hä? Ich hab's nicht gesehen, Digga. Warte mal, ich hab's nicht gesehen. Ah, 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 ah. So aus dem Nichts, guck jetzt. Blup. Ah, 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 ah. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Ja, Digga. Oh, Alter. Noch ein bisschen flexen mit den Edits und dann trotzdem passieren. Shit, 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 shit. Ähm. Er auch am Sweaten sein, sein Life, Digga. Oh, shit. Aber schöner Kill, geile Edits. Oh shit! Yo, yo, yo! Ich schwöre, ne, so Leute macht mir richtig Angst, Alter. Bruder, guck mal, er darf seine Freunde hinten, Digga. Jetzt, jetzt, jetzt. Digga, schlag die hinten. Jetzt, der wirft den Stuhl auf die, Digga. Die denkt sich sowas krass. Die hat mich schon richtig Schiss grad, Digga. Die wählt schon im Handy so 1-1-0, Digga. Mon Kral, okay, wenn der ausrastet, ist immer lustig, Digga. Ja. Und das sind so diese Standard-Ausraster, Digga, die fühle ich gar nicht mehr so. Ich mach schon, okay, den haben wir zum Beispiel noch nie gesehen, das heißt, der hat irgendwas krasses. Oder? Kamera mit Toaster aufgenommen? Ja, ja. Er war Pole, Digga, Kurva. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich spiel Klavier bestimmt jetzt. Oh, shit. Als Ausraste spielten alle meine Ändchen. Woher geht der? Warum? Ja. Oh, der Ehrenbruder. Der Ehrenbruder. Er wird gesnipet. Oh mein Gott. Action, man. Bester macht. Chill. Nein, nein. Hä, ist der blöd? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Headbang, Headbang, geht los. Es geht los. Chill, das ist noch aufwärmen gerade. Ich stimme weg. Der ist einfach der Knossi in Amerika. Ich schwöre. In Fortnite, Digga. Fang an. Fang an. Ah, er hat's nicht gemacht, Digga. Schau. Heute waren nur Sirene. Oh, 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 Digga. Okay, okay, okay. Das ist gerade der Trommelunterricht, Digga. Alter, geil, der spielt Schlagzeug. Ich glaube, der war bei den Toten Hosen in der Band. Hahaha, Toten Hosen. Oh, 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 shit. Jetzt, der Dapsi, der Dapsi. Nö. Die denkt sich auch, Digga. Ich schwöre. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich fühl's. Ich fühl's, ich würde auch ausrasten. Dieser Moment, wenn die Pump mal wieder so wenig Damage macht. Ich schwöre, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. Ey, der Tastatur zerstört. Ja, ja, ja. Jetzt Klimaanlage. Oh, oh. Digga, was geht bei dem, Bruder? Ja, da ist sie wieder, Digga. Ich dachte schon, keine Tastatur. Die Tastatur, Digga. Ey, wäre ja langweilig gewesen, ja. Ist so. Miroslav. Miroslav. Ja, was ist das, Digga. Ich schwöre, ja. Der Typ ist geil. Oh, shit. Moin, moin. Digga. Ey, ohne Flachs. Bis jetzt war das der Geilste im heutigen Video, Digga. Der war echt der Geilste. Und ich wundere, wenn die Qualität nicht so gut ist. Ich kann es euch mal zeigen, Leute. Generell, die Qualität ist schon auf das höchste gestellt. Aber das Problem ist, dass teilweise die Clips einfach übel scheiße aufgenommen wurden, weil die halt im Stream oder sowas waren. Und dementsprechend sieht das nicht so fresh aus, aber... Immer mit der Ruhe. So. Let's go. Der Ethan, go. Jo. Jo. Danach. Mama. Ich brauche einen neuen Controller. Oh. Oh. Ja. Erstmal Schläge selber. Ist auch wichtig. Und Abosbett. Abosbett. Der Bettliga. Man kennt ihn. Chonsbongs. Auch cooler Typ. Ist ein Schulkollege auch von meinem Dad. Ah, okay. Nein! So, arabisch. Oh, oh. Er wollte gehopst. Oh, Digga. Ich hasse das, wenn du schon gebaut hast. Und die Schüsse gehen trotzdem durch, Digga. Ich fühle das ganz anders. Da bin ich wieder, ne? Oh. Digga. Warum feiere ich das so? Er ist einfach tot, Digga. Er ist einfach tot, Digga. Aber diesen Sound-Effekt haben ihn nachgemacht, ne? Ja, ja. Ich dachte schon, what? Oh, Digga. Oh, Bruder. Oh, shit. Oh mein Gott. 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 Ach, Digga. Fühl ich aber auch. Ähm. Chica Alive. Die hatte ich auch schon mal im Video. Ich schwöre ja. Ich schwöre ja. Oh, der will Trapolin. Und klappt nicht. Oh, ich schwöre ja. Oh, ich schwöre ja. Oh, oh. Digga, dieses Schrein war, wie wenn du so'n Kind hast und so an der Kasse stehst und dann wird Süßigkeiten. Oh, 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 oh. Ja, sein Aim ist aber auch los, Digga. Oh mein Gott. Der was hat der für ein Mikrofon? Ähm. Das sieht mir aus nach nem verdammt geilen Studiomikro. Ähm. Oh. Interessant. Seid mal einse, Digga! Perla, Babe! Oh, das war so ein Fake aus Rast, ein Safe-Call, Digga. Ja, ja. Deutscher! Achmed! Das ist einfach Achmed! Action-Man! Leere, grüße ich ihn raus, Digga. Er macht den richtigen Todesschrei. Da ist er wieder. Oh mein Gott! Oh! Jetzt geht's los! Jetzt Headbangs, Zehner, Digga. Es geht los! Komm schon, dem Zehner gewettet! Komm schon! Aber gegen wen? Gegen niemanden. Ein Headbang, doch das... Ja! Ja! Das zählt schon, Digga! Und... Guck mal, aber das ist eine Wand, Bruder. Das ist nicht die Wand, oder? Doch, Bruder, das ist kaputt. Stell dir mal vor, du bist vermied da von dem. Und dann guckst du so ins Stream und siehst das. So das hier. Gehen sie mit ihrer Wohnung gut um? Ja, ja, klar. Ja, Bruder, ja, ja. Hört mal die Bohrmaschine? Ne, wird bei dir wieder gebohrt? Ja. Aber ich komme doch heute erst abends zu deiner... Ähm... Ähm... Hallo? Oh, da hast du dich jemand versprochen. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt... Oh ja, genau, Leute. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Ehm... Eher weniger. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video, Leute. Ich sag immer, morgen. Ich lade ja momentan nur alle zwei Tage hoch. Aber demnächst gibt's wieder Daily-Uploads. Ihr wisst Bescheid. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns übermorgen beim nächsten Video. Oder man, willst du noch jemanden grüßen? Meine Kalka! Tja... Tschüss... Tschüss! Tschüss! Das war's denn, okay?